und seid damit herzlich willkommen zurück hier bei project ozone 3 in einer neuen folge heute wartet der ender dragon auf uns ich glaube wir haben keinen wir haben kein pfeil und boh was vielleicht ein bisschen sehr dumm war das ding macht verdammt viel schaden mehr als ich dachte was es machen würde wieso ist denn ach das ding ist einfach nur da schade ich dachte wir können vielleicht so schnell noch mal aus dem staub machen okay wir versuchen die verfolgung aufzunehmen irgendwas macht uns schaden ich weiß nicht genau was wir haben irgendwas bekommen grains of infinity das ist ja großartig wir hätten einen bogen mitnehmen sollen verdammt die dinger sind doch zu tödlich für uns und der heilt sich natürlich die ganze zeit hoch okay warte wir probieren es mit dem ding hier scheiß auf den nut wir müssen ihn eben paar mal beschwören okay das war nicht wirklich für schaden den wir da gemacht haben wir brauchen den bogen der nimmt einfach gar keinen schaden das ist ja nicht so geil vielen dank tschüss ähm mit was für dingen wirften der hier das ist nicht der normale ender drängen kann man die irgendwie anders kaputt machen hier wir hätten die granaten mitnehmen sollen oh scheiße immerhin sind wir fire resistant das ist schon mal ganz toll bringt uns nur gerade leider nichts wir kommen hier nicht raus solange das ding nicht aktiv ist und den ender dragon kriegen wir nicht geklatscht das ist unpraktisch ich versuche ein bisschen was rauszufahren hier ich versuche ein bisschen was rauszufahren und wir versuchen mal weil ich bewege mich mal von dem ender dragon weg und dann versuchen wir diesen so eine insel zu finden fliegen jetzt also erstmal eine ganze weile ins nix versuchen eine insel zu finden wo wir diese früchte ernten können damit wir wenigstens die schon mal sicher ins lager befördern können so der ender dragon liegt irgendwo hinter uns im süden älter der hat der hat echt verdammt viel wumms muss ich sagen also im vergleich zum normalen vanilla ender dragon denn da hätten wir dem zumindest schaden gemacht der hier den interessiert das einfach gar nicht was ist da los bei dem oh guck mal hier oh ja da sind die früchte die wir brauchen sehr schön sehr schön so ich hoffe die die endermännchen hier lassen uns in ruhe einmal schön gesammelt so ja nee wir tun euch nichts keine sorge wir könnten hier natürlich noch die pflänzchen mitnehmen so kriegen wir noch euklein raus so das nehmen wir noch mit das draconium auch das nehmen wir ach ja stimmt der wir haben ja kein zig touch auf dem ding hier schwierige angelegenheit so ich nehme mir ein bisschen mehr mit ne wir können uns da glaube ich eh ein bonsai draus züchten dann ob das sinnvoll ist weiß ich allerdings gerade noch nicht da müssen wir noch mal gucken was man da vielleicht noch draus machen kann hier ist nur eine ender perle hier ist noch eine ender perle die dinge könnten uns eigentlich mitnehmen wie die ender lilies halt aber dann haben wir auch gleich erst mal genug von dem zeug da kann irgendwie gar nichts raus okay so wie sieht es hier aus hier kommt ja was raus sehr schön direkt man noch ein paar ender minis hier klatschen au aua die sind irgendwie auch super schnell hier gerade ne so das war der erste na jetzt kommt doch her rauf immer hinter mich zu rennen so was ist das da ach das sind die friender man hier na du die machen gar nichts ne die sind einfach nur da und verteilen herzen überall ja right click with friender perle to tame wir haben sogar welche haben wir ihn jetzt getamed ich glaube nicht es war ihm nicht genug wir sind ihm nicht genug warten das da end copper ore ich weiß gar nicht wenn wir friender man killen ob wir dann direkt so eine friender man perle bekommen ich glaube ich probiere das gleich einfach mal aus probieren geht über studieren nö bekommen wir nicht au wir haben einen friender man hat bekommen passiert das noch wenn man ihn aufsetzt nö wenn du einen hat gar nichts gut dann lagen wir mal die augen weg gemacht egal die brauchten wir eh nicht mehr äh ich lagere hier mal gerade schön ein so dann müssen wir auf jeden fall irgendwann hier nochmal richtig schön abfarmen gehen da ist ein chance cube ich trau mich einfach mal ich bin fast tot so jetzt trau ich mich vielleicht was ist der arschig gewesen der wollte uns in dem ding einsperren hier mit denen mit den silberfischen oder ist das alles hier so ein silberfisch steingedöns die kommen ja aus solchen steinen ja das teil löst sich tatsächlich langsam auf boah ist das ding fies aua so jetzt ist nur die frage wie komme ich hier wieder raus wir haben ja kein portal hier oder ähnliches die sind eigentlich voll knuffig oh da ist noch einer komm die bauen wir auch noch mal kaputt was war denn das aua toll wahnsinn wir haben warte wir haben 26.000 erde bekommen nice sehr gut jetzt fühle ich mich sicher jetzt kann nichts mehr schief gehen so kriegen wir von euch hier friender pearls oder so nee nur die köpfe wir haben frienderman ich glaube das ist der ehepartner so ich bin mal feige und hau mal ab wir haben keine einzige friender pearl bekommen ich glaube die kriegt man tatsächlich nur durch die enderman okay wir haben nichts mehr zu essen wir sind gedamaged wir sind hier irgendwo im end wie kommen wir hier weg und was sind das für komische blumentöpfe die hier rumschweben ich frage mich ob es vielleicht irgendwo eine art natürliches portal gibt ich glaube aber nicht gab es nicht hier auch irgendwie so festungen oder sowas mir war so nice wir haben eine gebrauchte angel bekommen das ist das wollte ich schon immer mal haben da unten war glaube ich auch noch ein chance cube da ist auf jeden fall das sind zwei schon wieder die sieht man hier irgendwie echt gut oh da ist wieder draconium das sollten wir eigentlich da war glaube ich nur erfahrung gerade drin die sollten wir eigentlich mitnehmen lass mich in ruhe das draconium sollten wir eigentlich echt mitnehmen so da ist wieder ein evolved enderman ich nehme das draconium mal gerade mit hier weil das natürlich ein richtig schönes endgame material ist wow wenn wir noch papier dabei gehabt hätten dann hätten wir mit ihm handeln können dann hätten wir emeralds bekommen ich weiß zwar nicht was die uns hier bringen sollen aber wir hätten emeralds gehabt so dem habe ich gerade einmal zu lange in die augen geschaut glaube ich man das da and let or natürlich coal or quartz or alle dabei hier irgendwann stellen wir hier eine industrielle query auf und saugen hier einfach alles weg wir werden euch einfach die heimat nehmen so wie ihr die unsere besiedelt oder zumindest nachts und so jetzt sehe ich gar kein draconium mehr ich glaube das versteckt sich jetzt vor uns ok ja doch das nehme ich sehr gerne gerade ein bisschen was zu snacken die gute alte golden carrot so das hier kann weg hier draconium ore golden helmet den brauchen wir jetzt nicht unbedingt friend of pearl lasse ich jetzt mal draconium sehe ich aber tatsächlich gerade keins mehr wahrscheinlich auch schon ein paar mal was übersehen wenn übrigens immer noch nebenbei so ein bisschen mit einem auge am rumlunzen da ist was ob wir nicht doch irgendwie ob sie nicht doch irgendwo so eine art portal oder irgendwas gibt aber ich glaube die antwort lautet nein das heißt es gibt nur einen effektiven weg wie wir hier raus kommen und der heißt wir müssen uns ins verderben stürzen ich würde vielleicht irgendwie den kram den wir haben vorher sichern oder so weiß ich nicht die level sind mir eigentlich relativ egal tatsächlich oder zumindest nicht so wichtig aber unseren ganzen anderen kram hier ring und so ne angel ring und so das würde ich halt vorher vielleicht ablegen kompilieren kompilieren wir noch ein bisschen was mit einmal zweimal so wenn wir schon hier sind dann packen wir auch ein bisschen was ein und dann wenn wir fertig sind dann geben wir uns die kugel und soweit wir können kommen wir hier hin zurück beziehungsweise wenn wir unsere unsere ausrüstung quasi gleich mitschicken dann können wir sowieso wesentlich frühzeitiger zurückkehren da geht es runter da können wir noch mal schön endersaft daraus herstellen ähm oh nein das ist das ding was egert ganz am anfang hatte ich mach mir mal vom acker tschüss so ich glaube die sind wir los das ist doch genau das ding was der engert am anfang mal hatte mit irgendeiner der ersten folgen das war genau so ein chance cube fies diese dinger so was haben wir denn jetzt hier genau diese resonant dinger hier die können wir nämlich äh ja gut das ist ein bisschen sehr teuer aber die können wir in einem magma crucible einschmelzen dann kriegen wir resonant ender raus und zwar in exakt der selben menge wie als wenn wir hier ein ender auge einschmieren äh einschmieren genau einschmieren nein einschmelzen äh und resonant ender können wir wiederum auch wieder zu ender perlen machen da gibt es verschiedene wege wir können auch glaube ich direkt irgendwie enderium draus machen über die richtigen wege über die smeltery können wir sogar auch ender pearls draus machen ingot forma macht einen ender ingot draus okay active fluid cooler ja eloian ich habe gerade einen neuen gelesen moten enderium moten blablabla kriegen wir direkt ein enderium raus ist auch schön wunderbar finde ich gut so hohen frieden äh habe ich noch mehr von dem von dem geilen zeug davon nehme ich auf jeden fall äh ein bisschen mehr mit weil das quasi mehr oder weniger an der stelle ein bisschen die ende augen ersetzt halt nicht unbedingt als crafting material im ersten gang aber äh zumindest für enderium und sowas auf jeden fall sehr sehr hilfreich so fällt gerade ein ich habe noch gar nichts für ein thumbnail hier ne bei der an bei der vorherigen folge auch nicht komm hier machen wir mal einfach so hier irgendwie fupp zack für die andere folge weiß ich noch gar nicht da werde ich mir wahrscheinlich irgendwie hier oder da was raus schnippeln dann ich habe doch schon eine idee so hier haben wir wieder schön ich feiere das immer noch so sehr ne mit dem mit dem tool hier dass der einfach das zeug einfach mit nimmt so da haben wir wieder was da ist wieder draconium so das verarbeiten wir dann natürlich auch in ruhe zurück in der basis dann oh hier ist einiges an draconium und wenn wir davon genügend haben plus vielleicht noch hier und da dann ein paar wiser stars und so ne äh nether stars meine ich dann können wir äh schon bald vielleicht auf drakonische ausrüstung umsteigen das würde mir sehr gefallen ich würde da eh zuerst entweder den bogen oder das schwert machen weil die dinge halt einfach übelst rein bolzen so oh können wir ein bisschen dingens hier mitnehmen ist nicht verkehrt apropos mitnehmen mal wieder einlagern hier so und vor allem das draconium los draconos so da hängen wieder so ein fetter flatschen flup so nix wie weg hier alter wie viel war denn das bitte das problem ist wir dürfen da nicht rein weil sonst werden wir weg teleportiert ja genau das meinte ich so einmal schön einsammeln und dann nehmen wir hier drüben das draconium noch mit selbstverständlich so je mehr wir von dem zeug haben desto besser da können wir uns nämlich in bälde schon eine vernünftigere ausrüstung zusammenzimmern ich weiß gar nicht genau ob wir damit amos plus noch weiter gehen müssen wir müssen ja eh auch noch mal in den in den twilight forest da habe ich übrigens guckt wie man wie man das portal baut das ist gar nicht so schwer tatsächlich das ist sogar ziemlich ziemlich einfach aber das zeige ich euch wenn wir zurück in der basis sind nein lass mich in ruhe so ich weiß gar nicht ob wir da alles rauskriegen jedes mal oder ob da noch was liegen bleibt mit dem magnet sieht aber gut aus so dann einmal hier den schönen strich dann hier noch mal dann haben wir glaube ich auch hiervon bald auch erst mal genug da haben wir dann jetzt noch einige vorkommen einfach mal mitgenommen vor allem weil es halt auch super schnell geht einmal drauf geklatscht und schon haben wir das ding komplett in der tasche halt so draconium da zappelt wieder einer schau mal hier ich glaube die werden auch weg teleportiert wenn sie da reinkommen oh eine ender perle wurde gerade weg gedroppt ja komm mal her du schön so was haben wir hier unten ent infernium aua drecksack tschüss so das können wir auch gerade nochmal mitnehmen wenn es schon mal da ist wie sieht uns eigentlich bei kohle aus ah ja okay da kriegen wir tatsächlich die die blöckchen raus und nicht die kohle sag ich doch gerade irgendwo im augenwinkel geht doch nicht und hier hier kriegen wir auch die blöcke raus okay ich dachte ich habe da noch irgendwo draconium gesehen aber war doch nicht leider so wir kriegen halt auch massiv level gerade durch das abbauen von den ganzen dingern so oh ja da haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Vorrat dann von dem Zeug die Endermen scheint ja ansonsten nicht weiter zu stören dass wir ihnen hier uuuuuh ihnen ihre Welt hier auseinander zerrupfen auf jeden Fall äh was Endsachen betrifft haben wir erstmal genügend dabei ich würde vielleicht noch ein bisschen Endstone gleich mal abfarmen ähm und davon noch ein bisschen was einpacken ja weil man das ja auch für einige Rezepte braucht so hier ist wieder das Zeug hier da ist wieder draconium so uh da ist noch mehr das mache ich halt lieber mit Silk Touch weil wir das dann manuell verarbeiten können Roms und wenn wir das manuell verarbeiten kriegen wir halt mehr raus deswegen haben wir hier die äh die Dinger hier die Cinnabar Teile da gecraftet gehabt womit wir quasi aus einem Ender äh Quatsch aus einem draconium Ohr entsprechend drei Bachen rauskriegen und bei dem draconium was wir jetzt gesammelt haben dürften wir da schon einiges rauskriegen so ah komm nimm mal mit hier hup hups bin wieder zu nah rangekommen hups ah so von dem infernium Zeug haben wir jetzt aber auch schon wieder einiges das sollten wir mal nutzen vor allem irgendwie die krasseren Öfen bauen oder so weil die ja doch ganz nice sind so und das Ender Ohr ich nehme das gerade mal so mit ich habe keine Ahnung was es ist oder was es macht Ender Ohr ach so ah da können wir Ender das draus aha okay gut alles klar den brauchen wir jetzt nicht so häufig so haben wir noch irgendwo draconium so vielen Dank kann es sein dass ich gerade aus Versehen den Baum hier noch mitgenommen habe ja ich glaube schon oh wir müssen wieder abladen aua du kleines Dreck bist du bleib mir bloß vom Leib so warte der ist glaube ich gerade runtergefallen so hier weg 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 das da die Ender Lilly Dinger sind auch sehr nice ich frage mich übrigens ob man die eventuell sogar äh einpflanzen kann ich weiß es also einpflanzen klar aber ich meine jetzt äh hier züchten tatsächlich hier man kann sie züchten nicht unbedingt bonsai mäßig aber man kann Ender Perlen damit züchten das finde ich sehr gut also automatisiert meine ich damit halt natürlich so dann nehmen wir die Dinger vielleicht auch einfach in Gänze mit mein Ohr juckt so das End Platinum Ohr ja ok ah hier schau mal uh das dauert jetzt so ich wollte eh noch ein bisschen Endstone mitnehmen das ist äh halt ziemlich hart das Zeug aber es lohnt sich mitzunehmen viele Inseln das hier einfach sind ne so das wollte ich ja mitnehmen so ich glaube die pflanzen wir vielleicht sogar einfach normal ein machen wir uns einfach ein schönes großes Feld mit Ender Lidys und dann äh dann können wir da ab und zu mal abfarmen gehen haben wir ein bisschen zusätzliches uh ein bisschen zusätzlichen äh zusätzliche Ender Perlen die brauchen wir eh immer oh hallo hier da oh was ist hier los so dann würde ich auch sagen können wir mal langsam den Rückweg antreten wir haben jetzt hier einiges mitgerupft sind ja seit über 20 Minuten dabei nichts anderes zu tun fast außer hier äh den ihre Welt auseinander zu reißen was sie ja aber nicht sonderlich zu stören scheint so äh was ist das hier äh ja genau das tun wir mal mit ich feiere das sehr dass es davon so viel gibt weil entsprechend viel Material können wir natürlich rausziehen weil am Ende gibt es natürlich Sinn dass es im End entsprechend viele Endmaterialien gibt logischerweise aber trotzdem sind die ja sag ich mal haben ja einen gewissen Seltenheitswert auch wenn man viel davon hat ebenso die Ender Lilies die man sonst glaube ich auch gar nicht bekommt außer in Dungeon Chats wie es ja dabei stand aber die kannst du nicht irgendwie breeden oder sowas in dem Dreh oh guck mal da ich geh mal lieber weg wenn das ein so ein Nuppel ist bei dem nichts passiert dann immer lieber erstmal weggehen man weiß nie ob da irgendwie nach 10 Minuten auf einmal eine Nuke losgeht oder so 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 was ist das hier eigentlich Abfluss Parity War das brauchen wir jetzt nicht unbedingt da unten ist noch ok ok Fackeln kriegen wir eh immer wieder ja die Karotten hier die Query da sind wir eh am arbeiten das hilft ja nix einmal nackig machen bitte dann lege ich die Ender Pouch in die Ender Pouch dann wird es Zeit diesen Planeten zu verlassen in die Freiheit Aua 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 das hat nicht ganz so gut geklappt wie angenommen aber wir sind immerhin tot und wir respawnen in unserer guten alten Heimat hoffe ich ja da sind wir wieder ei 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 du das war mal ein Trip ins End sag ich dir jetzt müssen wir erstmal unseren Scheiß hier wieder finden Ach du Scheiße Gut, wir haben mehrere Lava Charms Einen davon hatten wir Wir hatten den Angel Ring dabei Wir hatten unsere Ender Pouch dabei Wir hatten Unser Hellblade natürlich dabei Irgendwo hier fliegt die Rüstung auch noch rum Ich weiß gar nicht genau wo Theoretisch könnten wir uns mal so einen Ender klar machen Ah, die sanfte Hand der Erlösung Selbstverständlich, die haben wir auch noch Ähm Ähm, 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 ähm Hier unten muss noch irgendwo unser alter Prügel rumliegen Wo ist der denn? Nein Da ist er Unser guter alter Atomic Disassembler So, da müsste noch irgendwo Ein Hammer rumliegen Bei dem ich gerade nicht mehr genau weiß, wie er gerade den genannt hatte Ähm Wo ist er denn hier? Der Jochen, natürlich der Jochen Wie konnte ich das nur vergessen? Ähm, dann hier ist unsere Rüstung Blub, blub, blub So Ähm, was hatten wir noch dabei? Quantum Query Zeug und so, klar Äh, wir hatten auf jeden Fall hier noch so ein Resonant Dingens dabei Uh Resonant Da So, ich ziehe die Rüstung mal wieder an Oh, wir sind ja gerade unsichtbar Stimmt ja So, wir hatten noch den Magneten auf jeden Fall dabei Diesen hier Da können wir mal gucken, ob wir uns jetzt nicht den von Draconic Evolution basteln können Der braucht erstens keinen Strom und ist zweitens besser Ähm, Magnetic Ja, großartig Äh, Fackeln brauchen wir auf jeden Fall mal wieder hier So Dann können wir als nächstes mal Pizzen mitnehmen Davon haben wir nämlich einige Domi So, Alter, hat 98 Pizzen im Lager Was ist da los? Ist ja wie bei mir zu Hause Ähm Das Ding müssen wir noch hier oben reinflumpen dann Na, warte mal, ich mach den mal hier Erstmal aus So Äh Was hatten wir noch dabei? Ich glaube gar nicht so viel Wir hatten noch, warte mal, das Wireless Crafting Terminal hatten wir noch dabei auf jeden Fall Harte mal mal durchgucken Wir müssen hier eh mal aufräumen im Lager eigentlich Hier fliegt so viel Gerumsel rum Hier, Diamond Wand hatten wir glaube ich noch dabei Die Sirene nicht Äh XP Tap Die fliegt da auch noch drin rum Eine Common Loot Bag Wieso sind die nicht abgesaugt worden? Ah Äh Bucket Wheel Projector Bucket Wheel Projector Projected Deal Bucket Wheel Oh 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 Ein Pirate Head Haben wir noch mal zwei auf einmal? Ich bin erstaunt Ein Witch Head So hier haben wir die Die ganze Spawner Das sind Broken Spawner Wo sind noch die anderen? Ein Ein Trophy Black Banner Blabla Ah ich weiß gerade nicht mehr genau Ob hier jetzt noch irgendwas fehlt Wenn ja dann könnt ihr das gerne schreiben Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein Alter wie viel Arzid wir mittlerweile einfach haben Das gefällt mir sehr gut So Und was ich jetzt mal gucken möchte Äh Unsere Rüstung Wir brauchen als nächstes ja Night Slime In God Und Night Slime war ja Äh Glaube ich hier Äh Smelting Mixing Irgendwo hier Ich weiß es gar nicht mehr wo Melter Müsst du eigentlich Ah hier Alloying Iron Liquid Purple Slime Seared Stone Braucht er auch Alles klar Ah das sind nur die drei Iron Liquid Dingens 72 Das ist glaube ich ein halbes Ein halbes Eisen Ne 144 ist glaube ich ein Barren Also Das hier Zwei Barren Vier mal Ne Zwei Barren Eisen Sind dann quasi doch Sind Zwei hier von Eins hier Extra Stone Wir brauchen auf jeden Fall Deutlich weniger Eisen Okay pass auf Wir nehmen hier gerade Ein bisschen Slime Ah ne Warte Machen wir in der nächsten Folge Dann machen wir in der nächsten Folge Bin schon ganz froh Dass wir jetzt überhaupt Hier wieder gesund und munter Zurück in der Heimat Wir haben unsere Level ja noch Ich dachte die verliert man Dann zahle ich die mal Lieber schnell auf unsere Bank hier ein Alter Ich habe 30 Level eingezahlt Der ist gerade mal um eins Hier hoch gegangen Wir haben da ein bisschen Was am Start Ähm Ja ne Wie gesagt Ich würde sagen Machen wir in der nächsten Folge Dann weiter Äh Da basteln wir Oder tunen wir unsere Rüstung Nochmal ein bisschen Und alter Wir brauchen unbedingt Fernkampfwaffen Und ich werde mal gucken Dass wir vielleicht Ein bisschen hier mit Draconium Äh Was haben wir denn hier 49 Naja gut Das äh Da kann man eigentlich Auf jeden Fall Da würde mehr gehen Können wir gerade mal gucken Hier Äh Induction Smelter Mit Zinnabar Wie viel Zinnabar Haben wir dann? Zinnabar 27 Das ist jetzt auch nicht so viel Müssen wir wieder Gold durchjagen Oder so Äh Induction Smelter Den können wir eigentlich auch mal tunen gerade Mach ich nochmal schnell Gutes altes Upgrade Kit Ein Upgrade Kitten Musst du einfach so ein kleines Kätzchen nehmen Das reibst du an der Maschine Und dann wird die Maschine krasser dadurch So Dann brauchen wir hier noch die Auxiliary Dinger Da hatte ich halt glaube ich auch mal ein bisschen vorproduziert Hier genau So Wo ist er denn hier? Hallo? So Jetzt hat er ein bisschen mehr Wumms Der Kollege hier Dann machen wir die mal rein Ah Schön Ah Herrlich Da kommt das Draconion Also wir kriegen schon einiges raus Wir brauchen aber unbedingt mehr Zinnabar Damit wir da effektiv Äh Was rausholen können So Ich glaube man kann auch Das Rich Slag verwenden Da kriegst du aber nicht so viel raus Äh Induction Smelter Ja hier kannst du auch Rich Slag nehmen Wobei doch Kriegen wir immer noch drei Okay Okay hier bitteschön Mir doch egal ob wir dann Rich Slag am Ende rausbekommen Als Nebenprodukt Haben wir noch mehr Rich Slag Ja gut drei Stück noch Naja gut Könnte mehr sein Aber das reicht Es geht genau auf Ja geil Nice So Dann haben wir hier zweimal Ne hier Zweimal 64 Und einmal 19 Das gefällt mir sehr gut Draconion Wir haben sogar noch ein bisschen Pülverchen hier Das können wir auch nochmal Weglutschen Das machen wir auch nochmal schnell In den Redstone Furnace Mit was anderem können wir das glaube ich eh nicht mehr kombinieren Weil es ja eh schon Pulver ist Hier ist noch ein bisschen Nickel Nickel für deine Pickel So Jetzt aber Vielen Dank fürs dabei sein und zuschauen Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Däumchen nicht vergessen Und Bis zur nächsten Folge dann Wo wir erstmal wieder ein bisschen Rüstung knüppeln werden Bis dann Tschüss Gänschen 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 Gänschen